hallo liebe freunde sind wir wieder bei arc survival evolved auf der map ragnarok und ja ich habe einen turm gebaut das mal und jetzt heißt es erstmal ich brauche sehr viele ich weiß wie viele etagen habe ich jetzt geschafft 1 2 3 4 5 6 7 8 19 11 12 13 15 etagen 15 taschen schreiben holig 15 etagen das ist hart ich brauche mindestens ich glaube vier pöllers die die 14 etagen hochgehen das ist natürlich schlimm wenn ihr irgendwas knattern hört im hintergrund nicht nicht verwirren lassen das ist einfach nur die kaffeemaschine die tür zu die kaffeemaschine die sich gerade entkalken und deswegen wird das laut an dies ist und ich muss vor allem kurz jetzt geht es natürlich gerade geht nicht aus aber war mal ich habe rumtesten müssen weil ich habe hier eine app über tablet laufen womit ich obs steuern kann und jetzt habe ich gerade mal getestet ob der ob der sound auch wirklich ausgeht also mein mikrofon und es geht aus sehr schön das ist alles gut die app die ist klasse da brauche ich nicht mehr rumzutämmen sondern brauche das alles nur noch über das tablet zu machen da kann ich die aufnahme pausieren mikrofon an ausmachen und die aufnahme starten und beenden sagt noch davon noch mal zwei ok machen wir noch ein ok dann lassen wir das also ich brauche steine sehr viele steine 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 jetzt kommt es wieder wo ich hier nicht hochkommen ab und zu mal oder so wie ist das jetzt noch nein doch nicht soll ich mal springen soll ich mal springen aber lampen und so was ich bin ich muss auch wieder strom nach oben bringen das wird noch ein akt sage ich euch und jemand hat gesprochen ich soll alles in stein meißeln das wird noch mehr arbeit aber ich gehe jetzt erst mal rum mal gucken ob ich ein die finde aber ich kann noch keine tödys herstellen allerdings bedingen hier haben wir erst einmal sattel herstellen mit 34 das sind noch zwei level sagen wir ein level da kommen so in der zwischenzeit kann ich dann noch so stein sammeln eben ist jetzt auch nicht so will ich habe ein bisschen erkältet muss ich sagen also der falsche taste gedrückt und ich denke die ganze zeit darüber nach was das sein muss kann ich mich nicht bewegen besser ist wenn ich jetzt zurückkehre dann ist schneller natürlich man hat sogar geantwortet er spricht mit mir und hier ist recht wenig los von dinos na wie komisch stelle ich mal alle her hier von also ich muss echt gucken dass ich mir die hole weil das bringt nichts also vier steine kann ich nicht sammeln oder wie ich verbrauchen werde immer der letzte ich habe ans weiter zu gehen nach bis hierhin okay sondern 1234 warte mal falsche taste jedes mal hallo das ist das ist kacke ich brauchen ich brauche ein flugtier und ein das heißt peter dann kann ich erst mit 38 vorliebig verarschen mit 38 konnte man die früher nicht früher mit 38 hast du schon alles geschafft hat wissen da dann noch eine flugtier das ist ja mal grausam wie soll ich da oben hinkommen ja da muss ich tatsächlich auch und auch für ein flugtier warten ich werde es doch ein level machen dann werde ich mir ein 10 mit ihm Energy tank. Oh, verdammt der Axt. Weg! und das wieder her nicht schon wieder freundchen wieso eigentlich die sind normalerweise ganz um auf dem boden des meeres also sie nicht gleich normal was hier drunter sein ja ganz unten im wasser fürchte sind noch viel viel mehr da unten ich meine bringen gut an sachen rein da ist ja nicht so sagen würde die kacke nicht nutze ich so 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 hallo so so mal eben was eine kleine fliege aus meinem kaffee holen so und dann kommt noch habe ich diverses hier irgendwo rumflattern so 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 schön lecker fleisch essen stein so es könnte es dauert nicht mehr lange dann könnte ich den bau und in der zeit habe ich ein paar gebaut oder nein habe ich noch gar nicht da ist das level ich brauche ich ich brauche ich dann brauche ich noch rüber so ich brauche ich noch nicht mehr da muss ich noch mal ich noch mal noch mal blablabla blablabla bblabla blablabla oder Noch ein paar mehr schadet nicht, ne? So, dann hauen wir mal rein, ne? 100 Stück, 50 nehme ich mit, dürfte reichen. In der Zwischenzeit mache ich mal das und baue einen Dödikusssattel. Machen wir den? Das ist ein Hühnensattel, äh, und was ist das denn? Komm und ne, dann dürfte der, nein, ich ja, da. Dann tut's mir leid, aber... Ich war eh nur Level 25, also von daher. Richtig leid. Aber, äh, es wird für einen höheren Zweck verwendet. Um... So, so viel brauche ich nicht. Und hier holen wir auch weg. So, gehen wir mal auf die Suche, wa? Das würde ich dann aber sagen, machen wir in der nächsten Folge, weil, äh, jetzt ist schon 20 Minuten vorbei. Und somit würde ich dann sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Bis dahin. Euer Wobra. Ciao, ciao. 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 Ciao.